Alleine für die Stimmung, für den Zusammenhalt, für die gute Laune. Ja, macht Spaß. So was muss man jedes Jahr mitmachen, oder? Man sagt immer, zusammen sind wir stark. Man fördert ja auch die Gemeinschaft so ein bisschen und schweizt zusammen. Das ist ein gutes Teambuilding-Event. Wir sind ein sehr junges Team mit vielen Neuankömmlingen. Und wir dachten, das wäre das perfekte Event für uns, um unsere Teamgeist zu stärken. Das war einfach total cool, so als Team gemeinsam hierher zu kommen, gemeinsam zu laufen, sich gegenseitig anzufeuern. Das war einfach ein ganz tolles Erlebnis, hier einfach mit dabei zu sein mit meinen Kollegen. Einfach wirklich mal Spaß haben und nicht ans Arbeiten denken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.